Wenn Snow leuchtet, wenn Snow verzaubert, märchenhaft. Am Freitag 1. und Samstag 2. Dezember vom 5. bis am 9. am Abend lassen Sie sich mit einem Spaziergang oder gar mit einer Kutschenfahrt auf Advent einstimmen. Speziell am Freitag, am 5. gibt es einen Feierabendgenuss auf dem Dennerplatz mit der Möglichkeit, verschiedene feine Sachen zu probieren. Am 6. und 7. bezaubert der Motorsagekünstler Flugo sein Zeichen Schweizermeister mit einer atemberaubenden Schnitzlichtschau. Anschliessend versteigert der allseits bekannte Ganttrufe, der Alois Weiss, die zwei Kunstwerke. Speziell am Samstag ist ab 5. die gemütliche Stimmung auf dem Dennerplatz gar mit Unterhaltungsprogramm und dem Rendezvous mit Samichlaus im Café Pfisterhaus. Während beiden Tagen gibt es jede Menge Zauberhafte zusammen mit den Schulkunden und der Bevölkerung. Gratis Kutschenfahrten mit Hans Doppmer von der Chronospan bis zum Rüdel, verschiedene Geschäftsladen zum Verweilen und Inspirieren ein. Allerlei Schönes von Schülern und Hobbyhandwerkern ist ausgestellt im Pfarreisäli. Viernächtliche Geschichten für Kinder, erzählt von Agnes Bühler vom 5. bis zum 6. Und zudem gibt es eine Tombula. Lassen Sie sich ein zu besinnlichen Momente in den Pfarrkirchen. Beim Menzenauerhof hat es eine Klausenbar. Und wunderbar sind überall die feinen Sachen zu probieren. Lassen Sie sich zaubern vom märchenhaften, leuchtenden Menzenauer am Freitag und Samstag. Lassen Sie sich zaubern vom märchenhaften, leuchtenden Menzenauer am Freitag und Samstag.